IBM hat Domino 10 an einigen Stellen verbessert, was die Leistungsfähigkeit als Anwendungsplattform angeht. Da geht es hauptsächlich um die Hochverfügbarkeit und die Speicherung von Datenmängeln. Wir von der Stadt Ettlingen arbeiten seit Beginn, seit fast 20 Jahren mit der Encom erfolgreich zusammen, sind sehr zufrieden. Beispielsweise Domino-Infrastruktur wird supported, das Connections. Es ist super, heute hier in Karlsruhe sein zu können, bei der Encom mit vielen Leuten aus dem öffentlichen Dienst von Mittelstand. Genau das Zielpublikum, was wir uns heute für Collaboration-Lösungen suchen, aber auch HCL, die ja diese Collaboration-Lösungen von IBM übernehmen wollen. Und diese Passion, die da ist, die kam gut rüber und ich finde es klasse. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.